malzeit freunde willkommen zurück bei fortnite und den winterfest aufträgen dieses mal füge gegnern schaden zu während du im schnee oder auf dem eis stehst das kann natürlich auch wieder nur hier oben schneegebiet machen sollte auch gar kein problem sein wir landen bei lonely labs zb oder hier außerhalb um brutal bestien stellen uns einfach auf den schnee oder auf eis und fangen an zu schießen das ist auch schon alles müssen damit dann schaden machen und ja das ist alles also recht einfach sollte schnell gemacht sein fünf phasen sind wieder die erste phase und 75 schaden ich denke mal nicht dass sie mir zu hoch wird vielleicht zum schluss 1000 oder 2000 schaden sollte also relativ schnell machbar sein aber natürlich gibt es einen kleinen clip für euch und in diesem sinne ihr wisst bescheid macht's gut bis zum nächsten mal